Die Mähne, du schießt die Gäste! Du schießt die Gäste! Die Mähne, Ausrufezeichen! 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 Und nochmal Ausrufezeichen! Wir alle Gäste! Wir alle Gäste! Aufrufezeichen! Ja, also vor dem Spiel war ich doch auch aufgeregt und angespannt. Das kenne ich eigentlich gar nicht von mir. Und gut, je näher das Spiel halt kam, mit dem Aufwärmen und dann habe ich den Fokus mehr aufs Spiel gelegt. Aber es war doch schon... Ja, es war einfach eine andere Stimmung. Ja, das war eine ganz tolle Saison, weil wenn man wirklich hart arbeitet und in ein Spiel geht und vorher nicht genau sagen kann, ob man das gewinnt, und dann so viele Spiele gewinnen, dann ist ein jedes gewonnenes Spiel eine Riesenfreude und eine Riesenbestätigung für gute Arbeit im Training. Und das war eigentlich das Schönste, dass wir uns wirklich kontinuierlich da oben festgesetzt haben. Spiel zu spielen, das war ganz, ganz toll. Jetzt kommt erst mal Urlaub und dann arbeite ich wieder bei der Deutschen Bank und mal sehen, womit ich mir die Freizeit vertreibe. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. was das war ein bisschen wichtig. Das war die Zukunft. Und das war die Zukunft. Das war die Zukunft. Vielen Dank.